Atemübungen, die das Lungenvolumen verbessern und dir helfen, wenn du kurzatmend bist. Häufig das Gefühl hast, dass du zu wenig Luft bekommst. Du könntest noch mehr einatmen, aber irgendwas blockiert da einfach. Oder wenn du das Gefühl hast, dass du mehr Leistung wieder für den Alltag benötigst, wenn du schnell aus der Puste bist. Das machen wir jetzt gemeinsam. Das Beste ist, die Übungen, die wir jetzt machen, sind absolut kostenlos. Du brauchst weder neue Medikamente, du brauchst keine anderen Geräte, sondern einfach nur etwas Platz um dich herum. Und im besten Fall öffnest du noch einmal das Fenster, damit du richtig schön frische Luft auch einatmen kannst. Lass uns auch direkt anfangen. Für die allererste Übung schieb mal am besten deinen Stuhl ein bisschen nach hinten. Du kannst das direkt am Tisch machen oder nimmst einen kleinen Stuhl dafür. Am besten, wo du dann zwei Lehnen hast. Das kann auch ein bisschen höher sein, das ist gar kein Problem. Und dann stütze ich mal da drauf ab. Entweder mit den Händen oder den Unterarm, je nachdem wie hoch das dann für dich ist. Und stell dich mal wirklich so hin, dass dein Bauch jetzt hier richtig schön frei ist. Das ist nämlich das Wichtigste. Wir wollen jetzt mit der Schwerkraft arbeiten. Dass wenn du einatmest, musst du jetzt wirklich ganz bewusst die Bauchdecke nach unten schieben. In der Position geht das ein bisschen leichter, weil wir eben mit der Schwerkraft arbeiten. Aber das ist eine ganz hervorragende Position, gerade wenn man sich auch schwer damit tut, auch mit der Bauchatmung. Wenn man dann hier steht, den Kopf schön locker hängen lassen, nicht runter hängen lassen, gerade halten. Jetzt atme mal durch die Nase ein. Und den Bauch, den lässt du mal richtig dick werden jetzt. Ausatmen, damit du das mal siehst bei mir hier am Bauch. Ich mach das T-Shirt mal ein bisschen näher ran. Und jetzt, wenn ich einatme, Bauchdecke richtig schön rausschieben. Ausatmen, Bauchdecke geht rein. Wieder ein. Bauchdecke schiebt sich raus. Ausatmen, Bauchdecke schiebt sich rein. So, das ist jetzt gar nicht, das ist jetzt erstmal die Basis der Übung. Das Entscheidende ist jetzt, wenn du einatmest, dass du dann kurz die Luft hältst. Das ist wirklich wichtig dabei, weil wir jetzt das Zwerchfell dehnen wollen. Das ist nämlich das Entscheidende. Wenn wir jetzt hier angekommen sind, mal einatmen, Bauchdecke rausschieben. Das Zwerchfell, das senkt sich ganz weit runter. Diese Position halten wir. Wir halten die Luft für drei Sekunden an. Dann atmen wir wieder ein. Oder aus natürlich. Mach das mal mit. Einatmen, Bauchdecke raus, halten und aus. Wieder einatmen. Bauchdecke rausschieben, halten und aus. Nimm noch mal die richtige Position ein. Mach den Rücken gerade und atme noch mal. Nase ein. Bauchdecke richtig schön rausschieben. Ausatmen, Bauchdecke rein. Letztes Mal. Nochmal tief einatmen und halten. Und raus. Okay, kommen wir einmal wieder hoch. Wie häufig sollst du die Übung machen? Ungefähr so wie ich. Oder du nimmst die Pauseformel. Wir machen jede Atemübung zehnmal hintereinander. Das kann man dann ein bis zwei Mal am Tag machen. Gerade diese drei Übungen hintereinander, die wir jetzt machen, sind hervorragend dafür. Das ist ein idealer Leitfaden dafür. Lass uns mal mit der nächsten Übung weitermachen. Die machen wir im Sitzen. Komm mal runter zu mir. Rutsch mal auf dem Stuhl. Auf das vordere Drittel. Dass du dich richtig schön gerade mal hinsetzen kannst. Dass dein Rücken frei ist. Und rutsch mal schön nach vorne. Richte dich auf. Schau nach vorne. Nimm deine Hände jetzt mal hinter deinen Rücken. Ich zeige dir das mal im Stehen. Du machst das bitte im Sitzen weiter. Und jetzt verschränkst du mal hinter deinem Rücken die Hände. Dass du sie gut greifen kannst. Wenn du dich jetzt gerade gemacht hast, dann entfernst du deine Hände mal von dem Rücken. Und ziehst sie mal nach hinten. So weit wie du kommst. Für einige ist schon hier hinten ein Stopp. Für einige kommen dann noch ein bisschen weiter. Und wenn Leute richtig gut sind, dann kriegen sie die sogar noch weiter entfernt. Und dann richtest du dich nochmal auf. Machst dich gerade. Und hältst mal die Position. Kannst mal nach vorne schauen. So ganz bisschen nach oben schauen. Und halt die Position. Jetzt atme mal durch die Nase ein. Und aus. Achtung. Mach mal weiter. Halt die Position. Jetzt, wenn du einatmest. Versuch richtig schön in den Brustkorb zu atmen. Dass du wirklich deine Brust öffnest dabei, wenn du einatmest. Achtung. Wenn du hier wieder bist. Einatmen. In den Brustkorb atmen. Nochmal. Ein. Und raus. Und dann löst du langsam die Hände wieder. Als Faustformel. Gerade wenn wir eine Dehnübung machen. Das war jetzt gerade eine statische Dehnung. Du hast keine Bewegung dabei gemacht. Du hast das ja ganz stark gehalten. 60 Sekunden Minimum. Dass da überhaupt etwas in der Muskulatur passiert. Bis zu 120 Sekunden. Also zwischen ein bis zwei Minuten halten. Damit überhaupt deine Muskulatur auf diese Dehnung reagieren kann. Jetzt kommen wir zur dritten und einer meiner Lieblingsübungen tatsächlich. Und zwar die Ampelatmung. Was ist die Ampelatmung? Wir atmen jetzt einmal tief ein. Dann atmen wir jeweils immer ein Drittel aus. Also einatmen. Drittel ausatmen. Kurz Stopp. Nochmal ein Drittel ausatmen. Stopp. Nochmal ein Drittel ausatmen. Und dann alles rauslassen. Wir machen das mal gemeinsam. Atmen mal ein. Stopp. Erstes Drittel ausatmen. Stopp. Zweites Drittel ausatmen. Stopp. Jetzt alles rauspusten. Letztes Drittel auspusten. Nochmal einatmen. Erstes Drittel ausatmen. Zweites Drittel ausatmen. Und letztes Drittel ausatmen. Alles raus aus der Lunge. Okay. Hol dir mal einmal deine Luft wieder zurück. Wir machen gleich weiter. Nur, dass du einmal das Verständnis dahinter hast. Diese Atmung, gerade dieses Feingefühl, wie viel kann ich überhaupt in meiner Lunge halten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich muss natürlich auch wissen, wie viel Energie, wie viel Ressourcen habe ich noch in meiner Atmung. Wie viel Kraft ist da noch drin? Wenn ich das selber gar nicht einschätzen kann, dann kann ich mich im Alltag damit ganz leicht vertun. Lass uns mal nochmal weitermachen. Wir machen noch dreimal insgesamt. Einatmen. Erstes Drittel ausatmen. Zweites Drittel ausatmen. Alles raus. Und das sollen immer drei gleich große Drittel natürlich sein. Nochmal. Ein. Erstes Drittel. Zweites Drittel. Alles raus. Rüte deine Luft ganz in Ruhe wieder zurück. Atme ganz locker wieder ein. Richte dich nochmal auf. Nimm jetzt nochmal einen Atemzug. Ganz in Ruhe mal. Und nochmal aus. Und führe jetzt nochmal in deine Lunge hinein. In deinen Körper, in deinen Brustkorb. Wir haben den ja auch aufgedehnt. Wir haben dein Zwerchfell gedehnt. Und wir haben etwas für deine Wahrnehmung gemacht. Das sind drei ganz, ganz, ganz hervorragende Übungen, die man hintereinander einbauen kann. Wenn dir das gefallen hat und du möchtest noch mehr Luft bekommen, dann melde dich doch gerne im Atemmentor von mir. Die ersten sieben Tage sind vollkommen kostenlos und ich zeige dir, wie du dort deutlich, deutlich wieder mehr Luft bekommst. Mit vielen Atemroutinen, die dich begeistern werden. Unter diesem Video findest du den allerersten Link dazu. Der führt dich zum Atemmentor. Ich wünsche dir alles Gute, ein paar wundervolle Tage. Bis dahin, dein Nico.